Heute geht es um Instagram-Anfragen, die man als Model kennt. Ich habe die Tage auf Instagram gefragt, ob die Models mir mal Anfragen schicken können, die irgendwie so ein bisschen skurril sind oder auch lustig sind. Und die zeige ich euch jetzt mal. Man kennt natürlich die Leute, die natürlich immer nach einem Fotoschuling fragen. Da kamen natürlich auch ein paar Anfragen von rein. Hallo. Ich habe dich zufällig hier entdeckt. Ich bin Hobbyfotograf. Ich würde gerne Fotos von dir machen als Training. Ein Freund ist Profifotograf, der würde mitkommen als Coach. Ich kann dir gerne sein Arbeiten zeigen. Hättest du Lust und Zeit für ein Outdoor-Shooting, um tolle Fotos für dich zu machen? Weil da natürlich erst mal keine Antwort kam, muss man natürlich direkt weiterfragen. Hi, wärst du offen für ein Bodyscape-Shooting mit Olivenöl, Honig und Blütenblättern? Nice and hot. Yeah, boy. Ja, das hört sich ja mega interessant an, ne? Aber ich glaube, du hast da andere Sachen im Kopf, als nur normale Bilder zu schießen. Wow, starke Bilder und tolle Bildpräsenz hast du. Mega gut. Kompliment. Bist du echt erst 18? Da war jetzt so ein richtig kreativer, der war bestimmt zu viel bei unsympathisch TV auf dem Kanal. Heute wird's ganz, ganz übel. Denn er kam mal wieder vorbei, ne? Mit dem guten alten Postboden. On the road again. Hi, ich bin der Postbote. Bitte unterschreibe einmal hier. Gib uns deine Telefonnummer, damit wir bei Komplikation zurückrufen können. Nö. Jetzt haben wir noch so einen Kollegen, ne? Der war auch wieder zu viel bei Sascha unterwegs, ne? Sieht ihm wohl der Hund ausgebüxt. Here we go! Arsch. Sorry, der Kleine reißt sich immer los. Aber egal. Wie geht's? Was lustig ist, ne? Kam sogar eine Antwort drauf. Lisa. Ja? So schön. Oh, danke schön. Schade, dass du so jung bist. Schade, schade. So ist das. Würdest du mich daten? Ne, echt nicht. Sorry. Das mit dem Shooting wird jetzt auch nichts mehr. So, dann machen wir natürlich mal wieder eine ganz spezielle Anfrage. Hi. Ich bin Klaus, wohne in Bielefeld und komme ursprünglich aus Kuwait. Ich würde dich gerne kennenlernen. Okay. Vielleicht ist es ja möglich, dass wir uns mal in einem Café treffen können, um uns besser kennenzulernen. Ziel ist auch später, Spaß bzw. Sex zusammenzutreiben, falls es passt. Nö. Aber der Kandidat hier, der schießt einfach den Vogel ab. Ich frag mich, wie kommt man auf die Idee, sowas zu schreiben? Hi, du musst schwanger werden. Halt, stopp! Bleibt alles so, wie es hier ist. Wenn ihr solche Anfragen natürlich auch kennt, schreibt sie gerne mal unten rein. Falls ihr es noch nicht getan habt, drückt unten gemütlich auf Abonnieren, aktiviert die Glocke und ciao!